Hier ist die Mannschafts-Ausstellung mit dem Zimmer in Bündchen! Ein Tor mit der 1, 0! Zerr 4! Mit der 6, 20 mit Bündchen! Die 7, 2! Mit der 1, 2! Die zählt an, mit der 21, unseren Kapitän, Philipp, die 21, Thomas, mit der 27, Edith, die 31, Geburtstagstin, Bastian, und das war noch nicht die 29, Tudi, das alles auch heute Morgen der Geschehen von Schenkowisch.